willkommen zum großen finale also denke ich jetzt mal bei dead island bei uns auf dem kanal der knalltüten mein name ist jahre 85 und ich scheiße mir in die hosen wenn ich das ganze gemetzel hier sehe aber hier gibt es energie mensch das letzte mal wissen müssen das ist mal diese komische tippen die hier auf uns und schließen und rückschießen komm bitte ich habe den kurkenbauer gesoffen wir treffen ihn nicht die aufgabe der oben zu erinnern da ist weg da oben hier oben hat vorne so leicht ist mir noch ein sprengstoff au war nicht scharf da fällt dem einen jetzt nachzuladen der zielt aber erstmal gemütlich schön warte mal hier ist sowieso nicht so meine stärke in dem spiel so spurtflinchen bunni was ist er hier ein feuerstoßgewehr dann könnt ihr mal hier nachkampf auswechseln ja so jetzt haben wir auch ein feuerstoßgewehr mein gutster so wo ist der was ist da oben oben wo geht der sein oh zack boah die haben ich hab ja wegmasakriert was hat er jetzt gesagt h respected g b Schreien um unser Leben, bauah! Ähm.... Da ist Pauk. Moment, Fire! Au! Woah, what? Ich kann mich nicht ganz fertig mit essen. Energy Drink. Die Markierung ist jetzt da. Aber was zeigt die Markierung? Ja, ist auch nicht der Weg, das weiß ich auch. Aber ich mein jetzt... Welcher Weg? Äh... Jetzt geht er weg hier, wir müssen ja durch. Der Weg zeigt vielleicht... Au! Woah, nee! Komm, lass ich jetzt, ich sterbe mir! Jetzt sind wir tatsächlich gestorben, aber ich glaube, wir starten vor dem Oberzombter. Oder was das war, habe ich jetzt nicht erkannt, die hat Dunkelheit. Okay. Atmet durch. Achtet auf euren Blutdruck. Wir gehen jetzt nochmal. Au! Das ist ja... Ist ja krank! Krank! Gut! Tja! Ich renne mal über mich. Was ist denn da ein Stück... Pistolen Muni? Wir hatten mal den Schrot, wenn der... 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 Der Dick hier noch... Der... Der. Der ... Pistolen Latisse. Philipp! Woher ist es? Was ist es jetzt? Pistolen! Um Lord! Komm dann das stimmt. Ich press da Pistolen! Oh... Ja! Wenn das nicht das Finale ist, dann bin ich öhnlich. So. Wir sind auf dem Dach. Oh oh. Wir sind in Sydney, wir machen mehr. Wir senden Helikopter, wir saveen alle. Mit einer Nucleer Bombe? Kevin hat uns den Plan gesagt. Du wirst alle. Vielleicht sollte ich mit dir beginnen. Ich habe keine Wahl hier, richtig? Dieser Virus schützt den ganzen Welt. Benotti ist verletzt in der anderen Seite. Es ist leicht zu töten Millionen von Faseless-Nobodies, nicht wahr? Bleib zurück! Sie sind gar nicht menschlich. Stop! Aber zu töten jemanden, den du liebst? Das ist nicht so einfach, ist es? Ich habe mir halt keine Frau nachgegriffen. Wenn es ein Zumpf wäre. Boah, der ist ja wirklich mehr als eiskalt. Der ist ja jetzt zum Super-Hero-Mutanten-Zombie. All the world. Irgendwie wieder was. Du heilige Scheiße. Ich konnte mir denken, irgendein Problem wird es noch geben. Ja! 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 Der kommt doch mal der Böse an! Au! Lass mal! 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 Lass immer! Lass alle. Lass dann das nochmal! gut ja Wie macht es Sinn, jetzt das Ding da scharf zu machen? What the hell? Okay, wir wissen jetzt, auf was wir uns eingelassen haben. Das heißt... Nicht gut. Wenn ich gerade jetzt so mit dem Wissen in ein bisschen was wir abzumachen... Boah Gott! Von mir aus sterbisch ja achtmal. Hauptsache... Wir kriegen den so platt. Das ist rotflinte. Oje, die Kline ist tot. Wir starten aber genau im Paradies. Lass uns jetzt halt beim Nachladen. Kein Problem. Das ist mein hohe Loch. Was ist das? Jetzt ist er weg. Oh, ich glaube er ist besiegt. Was ist das? Jetzt ist er weg. Wir haben verloren. Wenn nicht ihn, dann wird jemand anderes schnell senden mit unserem Namen auf. Je schneller wir gehen, desto besser. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 untertitelt Und da fliegen wir davon Das scheint der letzte Augenblick gewesen zu sein, wo wir unsere Helden sehen Und da der Bildschirm kommt Bitte warten Und der Abspann läuft Wunderbar, den Abspann bis zum Schluss durchzugucken Das tue ich euch jetzt natürlich nicht an Es hat mir Spaß gemacht Dieses Abenteuer mit euch zu begehen Wir sind etliche Male gestorben Aber genau das muss auch passieren Wäre sonst zu einfach, ne? Es war ein Up, ein Und Down Für mich geht es nur noch bergab Für die Musik im Hintergrund wahrscheinlich auch Und deswegen sage ich Danke fürs Zusehen Und bis zum nächsten Projekt Euer Jaro 85